Hallo! Einen Fliesenspiegel zu erneuern, egal ob im Bad oder in der Küche, ist immer mit viel Arbeit und Dreck verbunden. Du bist auf der Suche nach einer leichteren Methode, alten Fliesen neuen Glanz zu verleihen? Dann habe ich genau das Richtige für dich! Mit PepUp Renovierfarbe für Fliesen gelingt dir dein persönliches Upcycling-Projekt im Handumdrehen. Das besondere Highlight hier ist die Reinigungs- und Wasserbeständigkeit. Das macht die Renovierfarbe für Fliesen zu einem echten Allrounder, der sich sowohl in der Küche als auch im Bad wohlfühlt. Den Fliesenspiegel habe ich gründlich gereinigt und vorbereitet. Abgeklebt ist auch schon alles und jetzt geht's ans Grundieren. Als Tipps zur Verarbeitung der Grundierung erstmal die Fugen mit einem Ringpinsel vorlegen und dann die Felder ausrollen. Ich nehme mir immer so circa vier Fliesenfelder vor und arbeite mich so Stück für Stück weiter. Die Grundierung ist jetzt 24 Stunden getrocknet und jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Die Streichmethode ist genau dieselbe wie beim Grundieren. Ich lege die Fugen erstmal mit dem Ringpinsel vor und rolle dann die Flächen aus. In nur zwei Arbeitsschritten kannst du deinen Fliesen neuen Glanz verleihen. Ganz nach dem Motto aus Alt mach wow. Probier's doch einfach mal aus. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!